Sicherheit, das ist wirklich besonders wichtig. Und wo? Natürlich, gerade zu Hause, da muss es wirklich sicher sein. Da muss man optimal gerüstet und gewappnet sein, wenn man so ein Schisser ist wie ich. Ich höre nämlich jeden Flo husten. Und das meine ich wirklich ernst. Ich höre jeden Flo husten. Ich höre die Milben Party machen. Warum? Weil ich einfach ein Angsthase bin. Und genau deshalb haben wir jetzt in der nächsten halben Stunde für Sie Produkte, die Ihnen Sicherheit zu Hause bieten und geben. Ja, und zwar Sicherheit. Und da muss ich sagen, es geht ja nicht nur dir so, dass man sich unwohl fühlt, sondern vielen, vielen, weil es zurecht ist. Vielleicht haben Sie auch mal die Einbruchstatistik bzw. die Kriminalitätsstatistik von 2015 irgendwo gelesen. Über 167.000 Wohnungseinbruchsdiebstähle in Deutschland in einem Jahr. Das heißt, alle knapp über zwei Minuten marschiert irgendjemand in eine fremde Wohnung und räumt die aus. Da muss ich mich einfach schützen. Ich muss vielleicht das ein oder andere Element nehmen, um hier die Täter doch mal zu entlarven. Das sind oftmals Banden, die genauso schnell, wie sie gekommen sind, wieder verschwunden sind. Und oftmals werden sie eben nicht erwischt. Und jetzt haben wir tolle, tolle Artikel für Sie in dieser Sendung. Einmal große Alarmanlagen oder auch kleine Überwachungssysteme. Und mit den kleinen fangen wir an. Und ich bitte jetzt mal die Kamera hier unten auf unseren Tisch nach unten zu gehen. Und da sehen Sie jetzt mal so ein ganz, ich sag jetzt mal ein Bücherregal simuliert. Wenn wir jetzt gleich unten sind, da sehen Sie es. So, und da haben wir jetzt eine Überwachungskamera. Wo ist die denn, Ralf? Jetzt mal gucken, wie weit unser Fokus geht. Du siehst sie immer noch nicht, oder? Nee. Eben, kann man auch fast nicht. Und die ist so klein und unscheinbar, aber unglaublich wirkungsvoll. Ich greife da jetzt mal hin und hole sie raus. Schau mal. Nein! Das hier ist unsere Überwachungskamera. Und die nehme ich jetzt mal unter unseren Büchern raus und präsentiere sie hier. Hier haben wir eine Schwenkkopfkamera. Das heißt, du könntest die jetzt auch im rechten Winkel aufstellen, irgendwo platzieren. Und diese Kamera ist sensationell, weil die kannst du auf verschiedene Modi einstellen. Einmal auf Intervalle, dann würde sie alle fünf, alle zehn oder alle 15 Minuten ein paar Minuten Aufnahme machen. Oder du schaltest Sensoren ein. Hier haben wir drei Sensoren. Wir haben Bewegungssensor, wir haben einen Geräuschsensor und einen Erschütterungssensor. Das heißt, wenn sich jetzt hier vorne dran was bewegt, geht automatisch die Aufnahme an. Wenn irgendwo Geräusche sind, da ist ja auch ein Mikro drin verbaut, geht automatisch die Aufnahme an. Oder wenn wir Schritte haben, nur Schritte, ganz leise, außerhalb von dem Bewegungsmelder. Ich stelle es mal hier drauf, auf den Tisch. Und jetzt musst du überlegen, Schritte, bumm, bumm. Dann hast du so eine kleine Erschütterung. Auch dann schaltet die Kamera ein. Und du hast in allerbester HD-Qualität, hast du dann den Übeltäter oder die Übeltäter, der, der unbefugt bei dir zu Hause ist oder in deinem Büro oder im Geschäft, den hast du in HD-Qualität gefilmt. Und dann auch noch Tonaufnahmen dazu. Und ich muss dir sagen, jeder Polizist ist froh, wenn er irgendwann mal Videoaufnahmen von den Übeltätern bekommt. Weil das ist oftmals wirklich das Problem, dass man die nicht identifizieren kann. Das sind nicht irgendwelche aus der Nachbarschaft, die reisen durchs ganze Land und machen solche Wohnungseinbruchsliebstähle. Und da kannst du jetzt eben mal richtig helfen und vor allem dein Eigentum vielleicht dann auch wieder zurückbekommen. Das Ganze ist aber auch schwenkbar. Das heißt, ich kann da wirklich ganz einfach den Winkel einstellen, den ich bevorzuge, das Ganze ausrichten und dann direkt dann aufnehmen. Entweder mit diesen Intervallen oder aber diesen Erschütterungsbewegungs- oder aber Geräuschsensor einschalten. Und dann nimmt das Ganze in HD-Qualität auf. Und so kann ich dann wirklich nachschauen, was ist da in meiner Wohnung los. Ich kann ja theoretisch auch mal überwachen, was da so vor sich geht. Hat mein Partner zum Beispiel einen netten Besuch, während ich hier sitze und arbeite? Oder aber putzt zum Beispiel die Haushaltshilfe auch wirklich alles in Ordnung und getreu? Das würde man harmloser machen. Gerade du, du willst ja einen neuen Hund kaufen. Was machen deine Hunde, wenn du nicht zu Hause bist? Stellst du die Kamera auf, die fühlen sich un... Dann sind Party. Ja, weil oftmals liegen sie dann beim Heimkampf brav in der Ecke. Ich habe nichts gemacht. Und so kannst du mal schauen, was sie wirklich den ganzen Tag machen. Und wo kommen die Risse im Sofa her? Der Dieben. Nein, aber du siehst die Anwendungsmöglichkeiten, die sind unglaublich vielfältig. Hier HD-Qualität, 180 Grad schwenkbar und 160 Grad Weitwinkelobjektiv. Das heißt, da geht überhaupt nichts irgendwo verloren. Und auch bei Dämmerung. Wir haben hier eine besonders lichtempfindliche Optik. Das heißt, auch da allerbeste Aufnahmequalität. Übrigens, gespeichert wird das Ganze, ist ja wie so eine Art Videorekorder im Prinzip, wird das gespeichert auf einer Micro-SD-Karte bis zu 32 Gigabyte. Bei HD-Qualität sind das ca. 6 Stunden Aufnahme, die wir hier speichern können. Also dann sollte ich mal nachschauen. Aber eben, das gibt mir so ein bisschen mehr Sicherheit, Vivian. Wenn ich dann weiß, wenn mal irgendwas passiert wäre, habe ich wenigstens die Aufnahme. Und vor allem das Ganze so versteckt, das ist der absolute Hammer. Da kommt niemand drauf. Also ganz egal, ob sie einfach ihre Wohnung bewachen wollen, ob sie sagen, ich möchte mal schauen, was meine Hunde, mein Partner, was die Haushaltshilfe so treibt. Diese Kamera wird niemand entdecken. Vielleicht die Putzhilfe, aber nur, wenn die sensationell ist und wirklich auch ihr Bücherregal zum Beispiel aufräumt, gehe ich mal nicht davon aus. Und deshalb, das sieht man doch nicht, dass man da überwacht wird, oder? Also eben hat man es nicht gesehen. Ich habe es wahrscheinlich jetzt falsch positioniert. Auch wichtig ist, du kannst natürlich auch Datum und Zeitstempel mit einschalten. Also gerade, wenn du Büros zum Beispiel überwachst, weil zum Beispiel einfach mal schauen, was die Putzkolonne macht, kannst du auch genau nachvollziehen, um welche Uhrzeit das war, zu welchem Datum. Also da, das kannst du überall reinstellen. Dieses kleine Schwarze wird nicht entdeckt. Auf den Fernseher legen, zwischen die Stereoanlage, zwischen Bücher, an die Blumentöpfe. Das ist egal, du bist ja flexibel. Du hast einen Hochleistungsakku drin, der mehrere Stunden hält. Aber du könntest es auch direkt an Strom setzen. Das geht also auch. Dann kannst du auch mal eine Woche in Urlaub gehen und bist sicher, dass jede Bewegung in deiner Wohnung, in deinem Büro, in deinem Geschäft aufgezeichnet wird. Und das gibt mir eben ein gewisses Maß an Sicherheit, das ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte. Für all die, die eine private Diktat zu Hause gründen wollen, für all die, die sich wie Sherlock Holmes fühlen möchten, hier das perfekte Gadget. NX4107 und die 569 für diese mobile HD-Schwenkopfkamera mit 160 Grad. Weitwinkel für 104,41 Euro. Sie sparen bei uns fast 50%, 48%, um genau zu sein. Das ist der absolute Hammer. Bitte seien Sie da schnell und greifen Sie schnell zu, denn ich weiß, dass solche Kameras immer ganz beliebt bei unseren Zuschauern sind. So, jetzt haben wir auch noch einen großen Bruder davon, leistungs-, also technisch rüsten wir noch ein klein wenig auf, das werden Sie gleich hören. Und jetzt gehen wir auch mal mit der Kamera wieder auf den Tisch, weil die liegt direkt bei uns auf dem Tisch, aber auch hier so gut wie nicht sichtbar. Jetzt sehen Sie, hier auf dem Tisch ist sie, wo ist sie? Nein, das ist keine Kamera, sondern schauen Sie mal, da drunter ist sie. Das ist jetzt so ein Deko-Objekt, das kannst du also auch so tarnen. Und jetzt nehme ich die auch mal wieder in die Hand. Du siehst, die ist kleiner als eine Zigarettenschachtel. Auch hier haben wir wieder diese Hochleistungsoftik, die also auch wirklich beste Aufnahmen machen in HD-Qualität. Aber zusätzlich sehen wir hier drüben noch, das sind Infrarot-LEDs, nämlich zwölf Stück sind verbaut. Das heißt, hier kann ich auch bei Nacht beste HD-Qualität aufnehmen. Und jetzt wieder genau das Gleiche mit den Sensoren. Ich kann Intervalle programmieren. Hier, ich kann die übrigens auch Hochkante hinstellen, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann Intervalle programmieren, hier im Zeitrhythmus, dass es alle 10 Minuten, alle 5 Minuten, alle 15 Minuten aufnimmt. Oder dann natürlich wieder die Sensoren aktivieren. Und dementsprechend dann bei Bewegung, bei Geräuschen oder bei Vibrationen schaltet es ein. Hier auf der Seite haben wir den SD-Slot und hier erweitern wir auch noch ein bisschen, nämlich auf 64 Gigabyte. Das heißt, nochmal verdoppelt einfach die Micro-SD-Karte. Wir können natürlich auch eine 32er reinlegen, aber bis 64 ist hier möglich. Und dementsprechend kann ich jetzt auch mal vier Wochen in den Urlaub und weiß dann, alles, was bei mir zu Hause im Büro, im Geschäft passiert, wird hier auf diesem Videorekorder, im Prinzip der neuesten Generation, gespeichert. Und NX4126 und die 569 ist die Artikelnummer hier für diese programmierbare HD-Kamera. Mal mit IR-Nachtsicht. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. 12 IR-LEDs für beste Nachtsicht hier verbaut. Und auch hier sparen Sie wieder eine ganze Menge Geld. Sogar über 50 Prozent, genau gesagt 56, 132,91 Euro. Ralf, wem würdest du so eine Kamera empfehlen? Also jedem, der sich ein bisschen unsicher fühlt. Ob das jetzt im Büro ist oder zu Hause wegen der Putzfrau, wegen Babysitter, der das einfach mal überwachen will. Gerade Büro, da kennt man Großraumbüro, kommt eine Fremdfirma oftmals, die putzt. Ja, oftmals kommen dann nur Kleinigkeiten weg. Man denkt, ah, dann hat man vielleicht jemand falsch im Verdacht. Das ist ja auch immer übel. Und dann platziert man das einfach mal irgendwo. Das ist so unscheinbar. Das lege ich irgendwo hin. Und wenn dann jemand kommt, egal ob das jetzt von der Putzkolonne ist oder ein Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung, wenn der reingeht, wird er gefilmt. Und dann habe ich Beweismaterial, wenn denn irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Also im Prinzip für jeden, der mal ein bisschen neugierig ist, was passiert, wenn er nicht da ist. Dann schauen Sie ganz einfach mit Ihrer Kamera nach, was da so passiert. Egal, ob es die Hündchen sind, ob es die Haushaltshilfe ist, Babysitter. Ganz egal, wen Sie hier überwachen wollen. Oder Sie sagen ganz einfach, es soll nur die Wohnung sein. Ich will nur gucken, ob da alles in Ordnung ist und ob da auch niemand reinmarschiert. Dann ganz einfach schön verstecken, diese wunderbare Kamera. Und einfach den Rest erledigen lassen. NX 4126 und die 569 ist die Artikelnummer für diese Kamera hier mit dieser Nachtsicht, die wir hier haben. Also wirklich hier das Nonplusultra und das in einem wunderbar kleinen Design sogar zu verstecken. Unter so einem schönen Deko-Element hier für 132,91 Euro sind Sie hier auf der sicheren Seite. Ja, du bist auch wirklich auf der sicheren Seite, zum Beispiel auch im Urlaub. Du kannst es ja mitnehmen, ins Hotelzimmer legen, in den Wohnwagen legen. Einfach mal schauen, was passiert, wenn ich nicht da bin. Und überall geht das mit Speicherkapazität bis zu 64 Gigabyte. Das ist enorm viel. Also da können Sie wirklich stundenlange Filmaufnahmen machen. Ja, und Sie können dann immer sicher sein. Und wir wären doch nicht Pöll TV, wenn wir dann auch nicht direkt die richtige Speicherkarte hier für Sie hätten. Für den Urlaub bis zu vier Wochen. Das ist doch der Wahnsinn. Also da geht mir direkt das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich höre, dass man bis zu vier Wochen hier guten Gewissens in den Urlaub fahren kann. Und das nur mit diesem kleinen Extra dieser wunderbare Speicherkarte hier. 64 Gigabyte Speicherkapazität für 33,16 Euro. Ja, das ist sensationell. Sie sehen die Micro-SD-Karte, das andere nebenan das größere. Das ist einfach ein Adapter, das Sie auch in SD-Kartenlesegeräte einlesen können. Jetzt müssen Sie nur schauen. Nutzen Sie es für unsere zweite Kamera, ist es genau die richtige Größe. Aber schauen Sie, ob Ihr Gerät bis zu 64 Gigabyte überhaupt verträgt. Dann ist das ein unglaubliches Schnäppchen für Smartphones, für Tablets, für Digitalkameras, für Navigationsgeräte, für unsere Dashcams. All das ist hier möglich. 64 Gigabyte für 33,16 Euro. Das ist sensationell. Also ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren haben die weit über 100 Euro gekostet. Und werden jetzt teilweise auch noch für 60, 70, 80 Euro angeboten. Klass 10, also wirklich allerhöchste Klasse hier. Und das für diesen sensationellen Preis einfach mitbestellen. Aus dem Hause Intenso. Also wirklich Markenqualität, die Sie hier bekommen, zu einem sagenhaften Preis von 33,16 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung ist hier 99,90 Euro. Also fast 100 Euro für die Speicherkarte. Wir können das besser und sagen, für 33,16 Euro kommt die hier zu Ihnen nach Hause. Mit der Möglichkeit, auf den SD-Adapter unten zu steigen und dann alle Daten zu speichern. ZX 22,75 und die 569 ist die Artikelnummer hier für diese 64 Gigabyte große Speicherkarte. Und der Preis ist sagenhafte 33,16 Euro. Da sollte man wirklich schnell sein und direkt zugreifen. Denn so Speicherkarten, die sind beliebt, die braucht man zu Hause und vereint für so einen Preis. So, jetzt gehen wir aber mal an die Wohnung. Jetzt schützen wir mal die ganze Wohnung oder das ganze Haus oder gar Villen oder ganze, ich sage schon fast ganze Viertel können wir mit einem Anlagensystem, das wir Ihnen jetzt vorstellen, schützen. Und da geht es wieder um dieses Bedürfnis, dieses Sicherheitsbedürfnis. Wenn man gerade mal ein bisschen weg ist von zu Hause und hat dann so ein ungutes Gefühl, was passiert gerade zu Hause, das kann einen wahnsinnig machen und den schönsten Urlaub verderben. Und jetzt hinter mir haben wir sie schon installiert und ich stehe jetzt einfach mal auf und zeige Ihnen, um was es hier geht. Hier geht es nämlich um eine wirklich komplette Alarmanlage. Ich stehe jetzt mal ein bisschen auf die Seite. Hier haben wir ein Steuermodul, das eigentlich sehr, sehr gut beschrieben ist, ist auch einfach einzusetzen. Das setzt du irgendwo in deinem Haus, wo immer du willst an. Am besten Richtung Ausgang, nicht direkt am Ausgang, aber Richtung Ausgang. Hier schaltest du auch deine Anlage scharf, beziehungsweise kannst du das natürlich mit den zwei mitgelieferten Fernbedienungen auch machen und dann eine leichte Verzögerung rein. Einfach mal schauen von dort, wo es ist, bis ich rauskomme, wie lange brauche ich da, 10, 15, 20 Sekunden. Dann kann ich die Verzögerung hier programmieren und dementsprechend schaltet die Alarmanlage erst ein, wenn ich aus dem Bereich draußen bin. Jetzt, wie reagiert die Alarmanlage? Da gibt es verschiedene Sensoren. Hier sind einige schon mit im Lieferumfang enthalten. Zum Beispiel hier sehen wir da etwas weiter drüben den Bewegungssensor, den ich platzieren kann, irgendwo in Räumen, wo ich möchte, im Eingangsbereich oder auch Türsensoren. Hier siehst du mit einer Magnettechnik, sobald die Tür oder das Fenster aufgeht, siehst du, wird dieser Magnet unterbrochen und sofort Alarm gegeben. So, jetzt habe ich natürlich eine Alarmanlage und wir kennen das. Wenn eine Autoalarmanlage losgeht, die heult ein bisschen und dann regt man sich auf. Ja, da drüben, aber keiner ruft die Polizei. Das ist hier jetzt viel, viel besser gemacht. Denn hier lege ich jetzt einfach eine Prepaid-SIM-Karte rein zum Beispiel. An der Seite, ne? Genau, gerade an der Seite rein, programmiere das, kann Nummern programmieren, bis zu sechs Stück. Und sobald jetzt hier Alarm ausgelöst wird, geht nicht nur die Alarmsirene los, sondern es werden gleichzeitig sechs SMS verschickt an die bis zu sechs hinterlegten Nummern. Und jetzt werde ich sofort informiert, bei mir geht der Alarm los, kann reagieren, heimfahren, Polizei rufen, sofort, Sicherheitsdienst rufen, was auch immer. Jetzt werden Sie sagen, ja, was ist jetzt da? Also ein Bewegungsmelder, kann ich ja nur einen Raum und eine Tür abschneiden. Das ist das Grundpaket. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig, ich kann das erweitern auf bis zu 150 Sensoren. Wir werden Ihnen jetzt auch gleich noch ein paar Sensoren anbieten, die Sie dazu kaufen können. Sie müssen nur, das ist Ihre Aufgabe, schauen, wie viele Räume möchten Sie abdecken, wie viele Fenster, wie viele Türen. Und jetzt kommt das Schöne, jetzt angenommen, du hättest jetzt mal zehn Sensoren, zehn Bewegungsmelder. Du kannst über dieses Steuermodul bis zu 99 Zonen einstellen, die du extra absichern kannst. Das kann sagen, alle Zonen oder du bist jetzt zum Beispiel in deinem Wohnzimmer, möchtest aber den Rest, Büroräume, Geschäftsräume, möchtest du aktiviert haben, die Alarmanlage, ist das kein Problem. Alles von diesem Speichermodul. Und jetzt sehen Sie auch, hier sind keine Kabel, da haben wir nur Stromkabel dran. Alles geht dann über Funk. Bewegungssensoren verbinden sich per Funk und dann natürlich auch hier die Sensoren für Fenster und Türen. Und das Ganze wird noch mit den Fernbedienungen gesteuert. Können wir das mal aufprobieren? Ja, du, ich muss schauen, wenn ich jetzt weiß, jetzt gucken wir mal, dann nimm mal die Fernbedienung, versuch es mal einzuschalten und dann können wir das machen. Aber dann wird es jetzt gleich, ja, klar, ja, mach nicht, weil es ist klar, wenn ich vor dem Sensor bin, das geht sofort los. Wir müssten jetzt alle verschwinden, keiner dürfte sich mehr bewegen. Also das wird jetzt schwierig, aber wir sehen das übersichtliche Display. Die Uhrzeit sehen wir, jetzt hast du es auch deaktiviert, das sehen wir hier auch. Wenn du jetzt scharf schaltest, dann müssten wir alle ganz leise sein oder verschwinden und dann aktiviert. Haben wir es jetzt aktiviert? Jetzt ist es aktiviert. Also, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Verzögerung und dann geht die Sirene mit 60 Dezibel los. Alles per Funk. Übrigens kann ich hier auch eine App nehmen. Ich kann die Steuerung nicht nur übers Modul hier machen, sondern dann auch über mein Smartphone oder mein Tablet. Das ist eine absolute Neuheit, ein absolutes High-End-Produkt. Du siehst, es ist auch sehr, sehr schlank, es sieht toll aus und ich habe eben wieder die Sicherheit. Wir haben auch noch eine Kleinigkeit und zwar über die Fernbedienung eine SOS-Taste. Wenn du jetzt zu Hause dich unwohl fühlst oder es wird jemand, du wirst jetzt angenommen überfallen, das wäre das Schlimmste, kannst du die SOS-Taste drücken. Welche ist das? Das geht hier drauf, das ist dann in der Bedienungsanleitung bestens beschrieben. Ah, okay. Also, dann schauen Sie mal, du siehst ja, die sehen ja alle vier gleich aus. So, jetzt geht es richtig los. Jetzt musst du wieder deaktivieren. Das habe ich gemeint. Jetzt war es, siehst du, jetzt war es der Start. Jetzt genau, danke schön, danke schön. Entschuldigung. Macht nichts, macht nichts, ist ja gut. Jetzt hören wir es, 80 Dezibel, Sirenen, Alarm und das jetzt nur wegen Bewegungsmelder. Alle Sensoren sind da einschaltbar. Und jetzt war ich aber beim SOS, sie drücken SOS, weil sie sich irgendwie bedroht fühlen. Dann geht auch sofort eine Alarmmeldung an die sechs hinterlegten Nummern, maximal sechs. Das kann auch nur eine oder zwei oder drei oder vier sein. Aber an alle diese Nummern geht die SOS-Warnung. Achtung, da ist was los. Ich kann also damit zum Beispiel jetzt auch das Haus meiner Eltern schützen und sagen, komm, wenn was ist, drück SOS, dann kriege ich eine SMS aufs Handy. Also auch da ist es möglich. Und jetzt nur nochmal Grundausstattung, nur damit es da keine Missverständnisse gibt. Grundausstattung ist Alarm, es ist der Einfenster bzw. Türensensor, Einbewegungsmelder und natürlich das Steuermodul plus zwei Fernbedienungen. Alles kabellos zu installieren, alles per Funk miteinander verbunden. Also kein Elektriker muss kommen und muss hier Kilometer von Kabel legen, sondern das geht alles ganz, ganz einfach. Sie müssen sich nur überlegen, wie viele Bewegungssensoren brauche ich. Einer ist dabei, wie viele Fenster, wie viele Türen will ich schützen. Auch da ist einer dabei und dann können Sie das entsprechend noch erweitern. Da kommen wir jetzt aber gleich dazu. PX 3939 und die 569 ist die Artikelnummer für Ihre Sicherheit. Und bitte, bitte für jeden, für wirklich eigentlich jeden hier optimale Sicherheit. Vielleicht ist bei Ihnen, Gott bewahre, noch niemand eingebrochen. Das freut uns natürlich, so soll es ja auch sein. Aber falls, falls bei Ihnen schon mal eingebrochen wurde, dann wissen Sie ganz genau, wie schlimm das ist. Es geht nicht nur um den Moment, wo dann jemand in dem Haus, in der Wohnung ist und da ordentlich randaliert. Die nehmen natürlich nicht nur das Geld mit, nein, die schauen erstmal, wo ist was zu finden. Also das heißt, egal, ob es unter Ihrer Matratze ist oder aber im Gefrierfach, die nehmen alles auseinander, durchschneiden alles, um ihre Wertsachen zu finden zu Hause. Und deshalb hat mir jemand aus Italien gesagt, bei dem schon mehrfach eingebrochen wurde und der wirklich richtig Angst hatte und richtig Probleme damit hatte, weil die Alarmanlage nicht, also es war quasi ein Dummy, sie hat nicht funktioniert. Und dann standen da Einbrecher bei ihm im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und er konnte nichts machen. Auch wenn die jetzt nicht erwischt werden und der Einbruch ist zu Ende, du fühlst dich ab dem Moment zu Hause nicht mehr wohl. Unwohl, unsicher. Du fühlst dich unsicher. Also diese Komplettanlage unbedingt. Sie können es ganz, ganz einfach selber installieren, Bedienungsanleitung lesen. Übrigens 100 Meter Reichweite von Sensor zu einem Steuermodul. Also da bräuchten Sie eine Riesenvilla, dass das nicht ausreicht. Ganz genau. PX 39, 39 und die 569 ist die Artikelnummer für Ihre Sicherheit. 94,91 Euro. Ein sagenhafter Preis. Bitte seien Sie da schnell und sorgen Sie für Ihre Sicherheit. Das ist wirklich wichtig für jedermann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es auch Möglichkeiten gibt, dieses Alarmsystem unendlich weit auszubauen. Wir haben ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und deshalb machen wir direkt weiter mit einem Funktür- und Fenstersensor für die Alarmanlage. Genau, das ist der, den wir jetzt neben dem Bewegungssensor sehen. Den können wir beliebig jetzt erweitern. Bis zu 150 Sensoren. Macht natürlich nur Sinn, wenn Sie sich jetzt gerade für die Alarmanlage entschieden haben. Dann zählen. Wie viele Fenster, wie viele Türen möchte ich zusätzlich schützen? Wie gesagt, im Lieferumfang ein Fenster- bzw. Türen-Sensor mit dabei. Und wenn ich jetzt, zählen Sie mal, wenn Sie jetzt sagen, ich habe fünf Fenster oder fünf Türen, die ich schützen will mit dieser Alarmanlage, dann dementsprechend fünf Stück bestellen. 7,51 Euro ist der Preis. Also ganz einfach auszurechnen. Wenn Sie fünf brauchen, dann sind Sie bei 38,75 Euro. Also das ganz einfach, ist auch bald wieder lieferbar, geht nur noch wenige Tage. Also ruhig jetzt schon bestellen. Sie haben es gesehen, 22.08. da ist der Liefertermin für unsere Sensoren. Auch hier kein Kabel nötig. Die sind batteriebetrieben mit ganz, ganz wenig Energieaufwand. Also das wird ewig halten. Da müssen Sie maximal einmal im Jahr. Da siehst du jetzt nochmal die Symbole. Scharfschalten, Entschärfen oder dann auch die SOS-Taste. Und da sehen wir es auch im Display aktiviert. Jetzt haben wir die gewisse Zeit, die ich einstellen kann, um das Alarmgesicherte, den Raum zu verlassen. Und wie gesagt, auch verschiedene Zonen schaltbar. Also ich kann ein Teil meiner Alarmanlage scharf schalten und den anderen Teil unscharf lassen. Ganz egal, wie ich das möchte. Hier geht es jetzt nur um diese Fenster- und Türen-Sensoren. Noch mal wichtig, allein mit Fenster- und Türen-Sensoren können Sie gar nichts anfangen. Es geht darum, auch zur Erweiterung unserer Alarmanlage, die wir gerade gezeigt haben. PX 3952 und die 569 ist Ihre Artikelnummer für Ihren Tür- und Fenstersensor. Aber wir machen direkt weiter. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, diesen Funke PIR-Bewegungsmelder für die Alarmanlage zu erweitern. Und hier sehen Sie das Prachtstück einmal. Wir zoomen einmal dazu. Das Ganze für 14,60 Euro. Auch hier ein sagenhafter Preis. Und da können wir dann auch noch mal ordentlich erweitern mit unseren Bewegungsmeldern. Also jetzt auch noch mal, dieser Bewegungssensor allein macht gar keinen Sinn. Den kann ich höchstens als Abschreckung nehmen. Das wäre das Einzige. Macht nur Sinn, wenn Sie sich für die Alarmanlage entschieden haben. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe zwei oder drei oder vier Räume, die ich mit einem Bewegungssensor noch zusätzlich zum Fenster- und Türensensor absichern möchte, dann entsprechend dazukaufen. Nochmal, bis zu 120 solcher Sensoren wären möglich, mit dieser Alarmanlage zu steuern. Und das ist eben klasse hier. Sehen Sie auch, acht Meter Reichweite haben wir durch diesen PIR-Sensor. Und da kann ich also wirklich ganze, auch richtig schön große Räume kann ich hiermit wirklich absichern. Eingangsbereich, Kellerbereich, Bürogebäude, Geschäftsräume, ganz egal, was Sie damit absichern wollen. Das geht hiermit 100 Prozent perfekt. PX 3953 und die 569 ist Ihre Artikelnummer für Ihren Funk-PIR. Bewegungsmelder für die Alarmanlage, die auf jeden Fall natürlich haben. Und dazu dann so viele Bewegungsmelder dazu bestellen, wie Sie es brauchen. 14,16 Euro, ein super Preis, um da Ihr Alarmsystem zu Hause aufzubauen und die ungebetenen Gäste abzuschrecken. 14,16 Euro, nochmal der Preis. Top-Kundenauszeichnung, 5 von 5 Sternen. Bitte seien Sie da schnell und rufen Sie an. 0,180, 51, 51 und dreimal die 2. Schön ist Batterie betrieben. Bei niedrigem Batteriestand gibt es einen Alarmton. Dann weiß ich, oh, jetzt muss ich die Batterie wechseln. Das Ganze kabellos zu montieren, ob Sie es im Außenbereich oder innen, im Eingangsbereich, Kellerbereich, ganz egal, 100 Meter Reichweite. So, jetzt kommen wir noch zu was Weiterem. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Alarmsirene mit Warnblinkleuchte, die ich jetzt auch noch zusätzlich vor dem Haus, hinter dem Haus, neben dem Haus anbringen kann, um auch meinen Nachbarn darauf aufmerksam zu machen. Ich sage ja, die Nummern, die Sie haben, werden von der Alarmanlage, die Sie hinterlegt haben, diese sechs Nummern, werden per SMS benachrichtigt. Hier, Einbruch oder Alarm ging los. Aber gleichzeitig ist es nie ein Fehler, wenn man die Nachbarschaft noch darauf aufmerksam macht. Mit einer roten Warnblinkleuchte und dann auch noch mit einem sehr, sehr lauten zusätzlichen Alarm, nämlich 112 Dezibel. Und vielleicht haben Sie es vorhin gehört, das waren 80 Dezibel. Dann legen wir also nochmal eine richtige Schippe drauf. 112 Dezibel ist nicht zu überhören und damit sorge ich dann wirklich auch nochmal für Aufmerksamkeit. Und vor allem ist so eine laute Sirene für die bösen Jungs und Mädels immer unglaublich abschreckend, weil dann gehen die automatisch stiften. Wenn so eine laute Sirene losgeht, gehen die weg, weil sie Angst haben vor Entdeckung. PX 3960 und die 569 ist die Artikelnummer für Ihre Alarmsirene mit der Warnblinklich-Leuchte für die Alarmanlage, um Ihr System zu erweitern und damit hier komplett zu machen. 23,66 Euro. Ein sagenhafter Preis und Sie können sich zu Hause endlich wieder sicher fühlen. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Hier, dieses Alarmsystem, das bewacht Sie an jedem Fenster, wenn Sie möchten, an jeder Tür, wenn Sie so wollen. Hier sind Sie wirklich bestens geschützt, gewappnet und können erholsam schlafen, in den Urlaub fahren oder sonstiges. Und Sie wissen, niemand ist bei Ihnen zu Hause.